im in spezialist mit kampfpreisen wir könnten ja mal eure meinung mit den kommentaren da ist mir ein paar auf sieben auf reich teil zwei hallo willkommen zu einer neuen episode von es auf spät heute befinden wir uns mal im titelbildschirm das ist einfach den ganz bestimmten grund also ich habe mir wieder ich habe mir zwei gäste eingeladen könnt ihr euch mal wieder vorstellen wie immer halt macht mal hallo ich bin der legan hallo ich bin der ollie ich verstehe man kaum aber egal ja heute haben wir uns mal versammelt auf dem titelscreen weil ja weil das spiel einfach nicht gehen will schon seit längerem nicht mehr und da mir das auch gar nicht mehr so viel spaß macht ist das jetzt die letzte folge jetzt hat er natürlich alle traurig und so und geflasht und so nein die welt geht unter wasser hört auf mit let's place aber ja dann gefühlt ist schauspielerische geheule das hat voll reingepasst ja letzte folge einfach weil mir das spiel irgendwie mir macht es mir macht eigentlich gar keinen spaß mehr muss ich ganz ehrlich sagen ich spiele das alte dann doch lieber 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 und deswegen die letzte folge es wird dafür was neues kommen also keine sorge ihr werdet immer was haben und ja möchtet ihr auch nochmal was sagen irgendwie zum thema oder so irgendwie was in der welt so umgeht oder so wollte irgendwas loswerden wollte begrüßen also bei mir regnet es bei mir nicht wenn es voll das geile wird na gut mehr oder weniger ich sitze hier zwar ein t-shirt und mit fenster offen aber es ist natürlich sehr frisch und kalt draußen deswegen kinder zieht eine jacke an wenn ihr das video jetzt sag ich mal am bahnhof von der deutschen bahn sieht oder so mit dem handy macht die jacke mal zu und mütze aufsetzen und keine ahnung und schalen auf setzen schalen und mütze sind deswegen übertrieben und äh ja hose könnt ihr euch auslassen und ähm ich sehe es ja warm draußen frühlegen und halb und acht ja ähm ja gibt es sonst noch was zu sagen ja also das wird jetzt ein richtig professionelles titelscreen commentary und sowas gab es noch nie ja ich komme noch nicht mehr ins spiel rein deswegen sind wir jetzt auch grad hier ich kann mal ein bisschen mich rumbewegen hier guck mal was wir hier schönes machen können und ja ähm ne jetzt mal scherz beiseite mit mich fakt ist irgendwie voll ab dass das Spiel oder generell steam irgendwie was äh irgendwie volles problem hat ich sagte doch gerade nicht nur nicht nur gegen mich irgendwie sondern auch gegen iGaming gegen uns beide und äh ja irgendwie ist halt voll der fette Minuspunkt vom Spiel und ähm ja soviel dazu ähm ich wünsche euch ein schönes Wochenende und äh was gibt es bei euch heute zu essen? Ich hatte Bratkopf dazu Brat oh war geil Bratkopf ähm ich mach mir ich mach mir wieder eine Pizza ich hatte Spiegel und Kräuter Baguette und dazu gibt es Energy Drink Rockstar ja ja und haha voll geil und danach erst ich Pommes hahaha ähm versuch doch mal für jetzt irgendwie ja ich gucke ob ich jetzt warte mal ich join hier mal eben nach äh wo bist du denn? schreib mich mal an warte schreib mich mal an ah geil ich bin auch ja ja okay ah cool wessen wessen Kommander ich ach du bist das ja dann lass mal loslegen gibt es hier kein Deathmatch? oh Deathmatch na dann lass mal loslegen oder von ich hab ich hab auch immer früher äh Deathmatch D E A nee D E A nee D E A welchen Spiel wovon ich vergessen ist egal start einfach mal wir wollen mal gucken ob es geht wir wollen ja denn die Leute die Leute genau die Leute nicht verarschen dass das Spiel nicht geht und deswegen starten wir einfach mal das Spiel um euch zu zeigen dass das grad voll suckt aber ich wollte trotzdem die Folge aufnehmen und ich meine was soll ich machen mach ich halt einen Hintergrund Screen ey gehts? ja was soll da warum geht das denn jetzt? ich sag dir doch das nicht an den Steam-Servern ja was habe ich jetzt für eine Scheiße die ganze Zeit reingeredet ey ja Leute gut dann spielen wir halt doch noch ein bisschen also ich hätte jetzt nicht gedacht dass es geht weil äh ich hab das jetzt schon seit drei Tagen oder so ausgetestet ne Hätte ich jetzt nicht gedacht dass das meine irgendwie hinhaut aber ja dann haue ich euch noch ein kleines Gameplay drauf und so ja ich muss euch ganz ehrlich sein höh da kommt einer von hinten oh da hat er gegen mich ist klar ja ich muss ja geil wir sind die besten Schlag ein bester Messer rein und äh ja ich hoffe ihr nimmt mir das auch nicht übel dass ich jetzt mit Ace of Space auch führe denn alles hat eine Ende nur die Wurstzeit 2 und ja äh ja ich möchte gerne auch mal etwas anderes spielen ne weil ja irgendwann wird es ja langweilig ne und ja ich denke mal das geht schon klar nö kommt ja mal was Neues und was cooles hoffe ich mal und ja was es sein wird äh das werdet ihr dann ich höre ich höre gar nichts ihr ballert euch da aber ich höre nichts was es dann sein wird das werdet ihr dann sehen ach fuck ja geil Kopfschuss ja geil Kopfschuss ja der Schuss war gut ne ja wer ist denn toll äh toll wer ist denn toll der Simi kriege ich jetzt ne Streichel Einheit ne eh er 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 ja nach übrigens danke für 8.500 Abos sehr schön voll cool danke iGaming für deine 8.000 Kanäle hey du Cheetah nein aber es ist echt voll nice von euch ich meine ich hätte niemals damit gerechnet dass ich irgendwann mal 500 krieg ey wir haben noch einen Gast wem denn? ne nicht nur Demji wir haben auch noch Gerda haben wir noch als Gast Gerda Gerda kannst du mal kurz kommen Gerda kommst du mal kurz bitte kurz ich hab noch ein verficktes Haft A A A du hast neun die Miesen ja ey hallo ich treff dich ich schieße sich in den Kopf und du lebst noch und du triffst mich irgendwie in Beinen und ich lebe nicht mehr ich hab keine Scheiß Mundi mehr will mich verarschen aha ich würde mal sagen ähm die Folge nehmen wir auch nur noch bis 5 Minuten äh vor Ablauf der Meppe äh da oben angezeigt sind denn ich glaub wir haben ja 5 Minuten davor das wirst du ja gespielt ne Screen äh Play ja ich weiß es heißt Screen aber ich nenne es immer gerne so ey du hast mir mein Kill geklaut Killstealer KillDeep äh ich sie gehen Kill Dieb dafür Prozent 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 aber hätte ich lieber nicht dicht war und ja ich hab's überlegt nein nein immer diese Blödieg am ihn was haltet ihr eigentlich von der Map abgesehen von der Mepi und ich sie ist ganz cool also ich mag die die kann man so hoch springen ja hier ist ja was haltet ihr denn so generell irgendwie von Steam in der letzte Zeit beziehungsweise von Ace of Spades also ich finde im Moment kacken die Server so richtig oft ab also das ist schon ich finde das auch nicht mehr schön ich meine man will ja sehr spielen und dann das geht ja nicht ne ich meine Garry's Mod ist bei mir immer richtig nervig ey das ist bei mir da genauso ne bei Garry's Mod ich kann da ich kann da kaum richtig spielen weil ich in die Serverladen aber so lange und ich finde einfach gar nichts ja ich will eigentlich nur TTT und da geht es relativ da wenn ich jetzt Endbox spielen wird er geht keine Ahnung aber er hat er trägt mich so auf er ihr beide achten ich bin es mal ihr könnt ihr ja mal eure Meinung wird in die Kommentare hauen nein sie gehen rein rein oh oh nein ich bin ich bin auf Rage Teil 2 Doppelkill Olli Olli ist übrigens der Einzige der mich noch Simon nennt selbst meine Chefin die mich vorher Simon genannt hat nennt mich nur noch Simi was ist mit Timo wie altmodisch bist du denn ja okay Timo das ist ein Pflegefall nein Timo wenn du das Video siehst du bist cool und ein Pflegefall nein nein das war nicht du bist cool hä hä wie baut sich da hoch was baut sich da hoch was baut sich da hoch da baut sich irgendwas hoch da grün ist da grün ist ey das war übrigens ne Blockkanone da grün ist ne Cockkanone ey ich hab so ein Video auf Facebook gesehen da saß so ein alter Opa so ein Österreicher saß im Bus und dann saß so ne so ne rassistische ne im Zug und da saßen so ne rassistische Deutschen daneben und da wollte sich so ne Schwarzin also so ne Schwarze wollte sich äh schwarz nicht also das Jahr mal Dunkelhäutige wollte sich dann da hinsetzen also neben den beiden Leuten und äh die diese Deutschen die ist voll abgegangen nein und so du klaust mir meine Jobs und äh iiii du stinkst und äh und äh der Opa die ganze Zeit hat die gedisst und so und die haben sich gezofft die haben unsere Jobs geklaut die haben sich dann gezofft und so die hat da boah und dann hat sie zum Schluss ist sie voll ausgerastet alle haben sie ausgelacht und dann hat sie erstmal den Opa irgendwie voll geschlagen und so ey alter alter so ne Leute ey die ist richtig ausgerastet ich kann euch das vielleicht mal schicken wenn ihr Bock habt gleich ich kann nicht gegen zwei kämpfen ja mach ich doch ja du bist egal ich hab sie mir grad hier guck mal pass mal auf ich mach jetzt alle tot nein ey das gibt es doch nicht stirb doch mal ich ändere jetzt meine Klasse noch eben schnell ich muss sagen ich hab ein bisschen geügt ja und er wird kaputt geboomst ja ich hab dich immer davor weg geboomst ja davor ja mann haha haha sorry Leute alter was der hat mich hat der mich grad ernsthaft mit der Spitzhacke geschlagen haha das hier uns überhaupt jemand nachjoin ne das wundert mich dass es geht warte mal ja ich bin ja so ne Minigern geil ja geil ja ja ich bin gleich ganz feucht und stellen n n das lässt sich nicht mehr Minigern in meiner Hand halte immer ja ich bin ganz feucht ja ja mann er hat mich auf zu messern ja ja ich hab dich noch die Masse gemessert bei einem Pixelspiel wenn ich hier gemessert ich wollte dich eigentlich messern nur hab's nicht geschafft hoặc mannt sich die mit einem Fortschritt und so ein jetzt jetzt fragte ich mich in den Arsch die 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 so ungefähr oder denn denen höre ich mich an wie du vertreten o Oh, ich treffe mit der Scheißwaffe nicht, weil die natürlich so stark ist. Ey. Ja, okay, Leute, dann würde ich sagen... Nein, noch nicht. Doch. Nee, ich möchte keinen Länger aufnehmen, weil sonst kommt mit dem Video hoch und am Montag fahre ich weg. Da bin ich nicht einfach lang nicht da. Und... Ja, Leute, gut. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr ja eine Bewertung da lassen. Dann... Lasst uns eure Meinung... Oh, lasst euch... Lasst uns eure Meinung wissen. Ist es richtig so? Ja. Okay, ähm... Und das war es mit der letzten Folge von Ace of Spades. Ich hoffe, das LP hat euch gefallen. Es waren jetzt auch nur 18 Folgen. War jetzt nicht so überkrass lang. Es hat sich in die Länge gezogen, aber... War aber total in Ordnung. Ja, das war ganz ehrlich so. War ganz okay. Der Streit da oben. Ich muss sagen, war ich ein ganz cooles Spiel, ein ganz cooles Netzplay. Danke für die Leute, die mit dabei waren und zugeschaut haben. Und dann würde ich sagen, macht es gut. Bis zum nächsten LP. Das war Ace of Spades. Auf der Steam-Version. Und ich verabschiede mich. Tschüssi-Lienis. Möcht ihr noch mal sagen? Ja, tschüss. Baut rein. Ja, macht's gut und so, ne? Geil. Okay. Tschüss.